Hallo, grüß euch. Ich bin die Daniela Fischneder, bin 21 Jahre alt und habe 2020 in der Hackbad Ischl maturiert, wohne in Bad Ischl und bin seither bei der Schafbergbahn beschäftigt. Ich arbeite hauptsächlich an den Kassen, aber vermehrt auch im Catering, speziell bei Sonderfahrten und auch manchmal in der Himmelspforte am Schafberg. Ein typischer Arbeitsalltag am Schiff schaut bei mir folgendermaßen aus. Ich starte zwischen 8 und 9 Uhr, dann geht's aufs Schiff, dort treffe ich letzte Vorbereitungen. Ich decke die Tische schön ein, schaue, dass alles ordentlich ist. Ich kümmere mich um die Getränke, dass alles eingekühlt ist und bevor die Gäste kommen, schaue ich nur, dass alles ordentlich ist, dass die Gäste wohlfühlen und dann geht's auch schon los mit der Arbeit. Wenn Daniela nicht gerade am Schiff für das leibliche Wohl der Gäste sorgt, dann geht's für sie rauf mit der Bahn auf den Schafberg. Der Tag startet meistens um 9 Uhr, dann geht's unten in die Bahn rein, die Fahrt dauert 35 Minuten rauf auf den Schafberg. Oben angekommen geht's in Richtung Himmelspforte und auf diesem Arbeitsweg von der Bergstation hinauf lässt sich auch das traumhafte Panorama genießen. Dann geht's zur Himmelspforte rauf, noch ein kleiner Spaziergang und dort werden die Tische dann eingedeckt. Es wird sich um die Getränke gekümmert, dass wieder alles vorhanden ist. Die hungrigen Gäste werden dann bei uns mit einer Brettljause versorgt und sie genießen dann den schönen Ausblick mit einem schönen Wetter. Ich habe mich für einen Job in der Gastronomie entschieden, weil mir die abwechslungsreiche Tätigkeit sehr gut gefällt. Es kommen jeden Tag andere Menschen und es ist einfach eine schöne Vielfalt. Und vor allem die Verbundenheit mit Berg und See, das macht es für mich so besonders. Herausforderungen sind auf jeden Fall im Sommer die Temperaturen. An solchen Tagen bin ich immer gerne am Berg heroben, wo es schön kühl ist. Und nach meinem Arbeitstag freue ich mich dann auf Abkühlung im See. Mir macht an meiner Arbeit Spaß, weil man da arbeiten darf, wo andere Urlaub machen. Man sieht es bei mir im Hintergrund. Ein schönes Bergpanorama und den Wolfgangsee als Hintergrund ist einfach ein traumhafter Arbeitsplatz. Wenn Sie Lust auf einen Job in der Salzburger G Tourismus GmbH haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.5schätze.at slash karriere. Zurich. 6.